Es gab noch nie einen wichtigeren Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, um seine Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen und seinen Lebensstil zu optimieren. Denn wir sind täglich buchstäblich tausenden von belastenden Faktoren und Giftstoffen ausgesetzt, die Einzug in unseren Alltag halten und unser Fass nach und nach füllen und es früher oder später zum Überlaufen bringen. Hierzu zählen unter anderem Umweltgifte und Toxine in der Luft, im Wasser, in unserer Nahrung, in Medikamenten, in der Kleidung, in unseren Körperpflegeprodukten. Auch der Elektrosmog ist zu nennen, sowie emotionale Gifte wie beispielsweise Stressbelastungen, Ängste oder unerlöste seelische Konflikte. Eine mangelnde und einseitige Bewegung sowie eine falsche und vitalstoffarme Ernährung sind außerdem erwähnenswert, das heißt zu viel, zu fett, zu süß und zu fleischlastig. Diese aufgezählten Faktoren können ein Grund sein, weshalb Zivilisationserkrankungen wie etwa chronische Infektionen, Krebs, Erkrankungen des Nervensystems, der Haut, des Herz-Kreislauf-Systems und viele weitere explosionsartig zunehmen. Aufgrund dessen wird es immer wichtiger, die Verantwortung für die Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen, mit dem Ziel der therapeutischen Freiheit, Sicherheit und Unabhängigkeit für ein natürlich gesundes Leben. Wenn du deine Gesundheit auf ein neues Level bringen möchtest und die eigene Fähigkeiten für den Krankheitsfall aneignen möchtest, dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Kanal werden zahlreiche leicht nachvollziehbare und praktikable Wege aufgezeigt, um eine positivere und gesündere Lebenseinstellung zu gewinnen. Dieser Kanal richtet sich an alle Menschen, die spüren, dass es an der Zeit ist, etwas für den eigenen Körper zu tun, sowie an jene, die sich grundsätzlich gesund fühlen und ihre Gesundheit lange erhalten möchten. Du hältst auf unserem Kanal einen mächtigen Wissensschatz sowie Impulse, um dein körperliches Potenzial zu erkennen und voll auszuschöpfen. Im Fokus des Praxisinstituts Naturmedizin-Kanals steht dabei eine ganzheitlich integrative Herangehensweise, die nicht gegen, sondern im Einklang mit der Körperintelligenz handelt. Auf ganzheitlicher Basis, weil wir der festen Überzeugung sind, dass nur im Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele Wirkung entstehen kann. Welche Themenbereiche erwarten dich auf unserem YouTube-Kanal? Ganz einfach. Es spielen einzelne Bereiche wie die optimale Ernährungs- und Lebensweise, die optimale Entgiftung, sowie die mentale und seelische Gesundheit eine essentielle Rolle. Darüber hinaus werden wichtige Themen wie Elektrosmog, bewährte und hocheffektive Gesundheitswerkzeugkastenmittel, sowie medizinisch-therapeutische Methodiken zur Aktivierung deiner Selbstheilungskräfte beleuchtet. Die ganzheitliche Betrachtung verschiedenster Krankheitsbilder und die traditionelle Naturmedizin runden diesen Kanal ab. Betrachten wir die einzelnen Bereiche nun im Detail. In der Rubrik Deine optimale Ernährungs- und Lebensweise erhältst du vielfällige Wissensbausteine, Experten-Tipps, Anleitungen, Rezepturen für eine umfassende, gute Lebensführung, sowie Gesundheitstipps für deinen Alltag. Des Weiteren stehen heilkräftige und vitalkostreiche Lebensmittel im Mittelpunkt. Dazu wird es praktische Videolektionen geben, damit du vitalstoffreiche, gesunde und auch leckere Rezepte in deinen Alltag spielend einfach integrieren kannst. Außerdem erfährst du die optimale Ernährung in der Schwangerschaft, im Säuglingsalter, ab 50, sowie im Leistungssport aussieht. Ein weiterer Bestandteil ist das Thema Lebensmittelkombination, sowie die optimale Lebensmittelreihenfolge. Der Baustein Entgiftung ist ein weiterer Teil dieses YouTube-Kanals. Effektive Entgiftungsverfahren, Anleitungen und Protokolle für Schwermetallausleitungen, sowie zur Chemikalienentgiftung finden hier Anwendung. Ebenso ist die Leber- und Gallenblasenreinigung zu nennen. Ein weiterer Aspekt wird auch das elementare Thema der biologischen Zahnmedizin sein, da viele chronische Erkrankungen und Beschwerden im Mund durch Zahnstörfelder beginnen. Die mentale und seelische Gesundheit wird zudem einen wichtigen Stellenwert im Rahmen dieses YouTube-Kanals einnehmen. Du hältst in diesem Zusammenhang vielfältige Tipps und Strategien zur Förderung und Stärkung deiner mentalen Gesundheit. Methoden zur Persönlichkeitsentwicklung, Entspannungsverfahren, die innere Kindheilung, Vergebung, Dankbarkeit, Affirmationen, die Achtsamkeit, Geleitete Meditationen und viele weitere spielen hier in dieser Rubrik eine wichtige Rolle. Mit Blick auf das große Thema Elektrosmog werden wir uns diverse gesundheitliche Aspekte und Gesundheitsgefahren ansehen, die von elektromagnetischen Feldern ausgehen. Ich werde diese anhand von Praxisbeispielen aus dem Alltag demonstrieren und dir im gleichen Zuge Lösungsvorschläge aufzeigen. Messgeräte werden hierbei auch zum Einsatz kommen. Ziel ist es letztendlich, dass du eigenständig E-Smog-Belastungen erkennen, minimieren und abschirmen kannst. Auf unserem YouTube-Kanal stellen wir dir weiterhin ein methodisches Repertoire und Anwendungswissen zu bewerten und reinen Mitteln bereit, mit dem du dir selbst oder deinen Patienten und Klienten schnell helfen kannst, wenn du therapeutisch tätig bist. Du hältst also von uns einen hocheffektiven Gesundheitswerkzeugkasten, der sowohl zu Hause als auch in Praxen beeindruckende Anwendungserfolge in der Behandlung akuter und chronischer Symptome zeigt. Auch werden wir dir umfassende professionelle und auch für Laien leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Rezepturen mit dem praktischen Gesundheitswerkzeugkasten DMSO & Co. zur Verfügung stellen, inklusive Tipps und Tricks aus der Praxis. Im Themenbereich medizinisch-therapeutische Methodiken kannst du von simplen und zugleich hocheffektiven Methoden profitieren, die kostengünstig und einfach umsetzbar sind und die sich als nachhaltig und wirksam bewährt haben. Zu nennen sind hier unter anderem die Abi-Therapie, Bachblütentherapie, Gelatherapie, Dunkelfeldmikroskopie, Einläufe und Spülungen, Inhalationen, Injektionen und Infusionen, Neuraltherapie, Phytotherapie, Schmerztherapie und viele weitere. Die ganzheitliche Betrachtung verschiedener Krankheitsbilder spielt darüber hinaus auf diesem Kanal eine wichtige Rolle. Bei Betrachtung der jeweiligen Erkrankungen werden wir hierbei die wichtigsten Säulen bzw. Bausteine der ganzheitlichen Gesundheit unter die Lupe nehmen, denn nur dadurch kann eine wahre Gesundheitstransformation entstehen. Hierzu zählen die Lebens-, Ernährungs- und Denkgewohnheiten als auch bewährte und hocheffektive Gesundheitswerkzeugkastenmittel und Methoden. Bei den Zivilisationskrankheiten stehen akute und chronische Infektionen, Hauterkrankungen, Krebs, neurodegenerative Erkrankungen, Schmerzsyndrome, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weitere im Fokus. Last but not least werden wir uns mit traditionellen Heilwissen und neuen und vergessenen Arzneien aus mehreren tausend Jahren Medizin befassen. Die Herstellung und Anwendung von Heilgräutermischungen, Heiltinkturen und Naturheilseiten für die Selbstbehandlung von Alltagsbeschwerden sind Bestandteile dieses Themenbereiches. Wir werden hierbei auf Bereiche wie Anti-Aging bzw. Schönheit sowie auf die Frauen- und Männergesundheit näher eingehen. Ziel ist es in erster Linie, Wohlbefinden für Körper, Geist und Seele mithilfe der Kraft der Natur zu erreichen. Du kannst aus diesem reichhaltigen Angebot an ganzheitlichen und natürlichen Maßnahmen die Dinge auswählen, die zu dir und deinen Zielen passen. Die zahlreichen Videos auf diesem Kanal sind nachhaltig, machen Freude und vermitteln nicht nur Wissen, sondern sind auch eine Schule des Lebens. Dieses Wissen wird deinen Blick auf die ganzheitliche Gesundheit für immer verändern. Wir würden uns von Herzen freuen, wenn dir die langjährig erprobten Selbsthilfetipps in unseren YouTube-Videos helfen, deine Gesundheit zu erhalten, zu fördern und wiederherzustellen, damit du das Leben führen kannst, das du verdienst. Ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden, in voller Lebensenergie und Freude. Das sie sollte dabei immer Selbsthilfe sein. Nur sie macht frei, unabhängig, krisenfest und ist im Einklang mit der Selbstbestimmtheit, die wir für uns selbst wünschen, jedoch auch für alle Mitmenschen fördern können. Impulse zu geben, die jeder selbst weiterentwickeln kann, das ist die Botschaft von unserer Seite aus. Beginne deshalb bereits heute die Verantwortung für deinen Körper mit Begeisterung zu übernehmen und lasse dich dabei von uns begleiten und auch führen. Abonniere jetzt unseren YouTube-Kanal und lass uns zusammenwachsen und zusammenwachsen. Die Medizin darf, soll und kann wieder zurück zu den Menschen kommen. Alles Gute und bis bald, dein Dominik.